Können wir mal bitte kurz über eine Macke reden, die ich habe und schreibt mir mal unbedingt, ob ihr das auch habt, weil ich will wissen, ob ich die einzige bin, die so bescheuert ist. Wenn ich zum Beispiel aus der Dusche komme, nur einen Bademantel anhabe, dann Social Media checke, dann Social Media wieder schließe, habe ich Paranoia, dass mein Handy von selbst zum Beispiel eine Story von mir gepostet hat, wo ich nackt bin oder so, obwohl ich ja sogar noch einen Bademantel anhatte, aber ich habe dann Paranoia, dass irgendwas verrutscht ist und man irgendwas sehen könnte. Also muss ich mir was anziehen, dann wieder Social Media checken und gucken, dass ja nichts aus Versehen von meinem Handy gepostet wurde. Das ist nicht normal, oder?